Stell dir einen Ort vor, an dem du dich absolut sicher fühlen kannst und dich mit der Natur, deinen Liebsten und all deinen Sinnen verbinden kannst. Erwecke deinen Abenteuergeist neu und erinnere dich an das, was du vermisst hast. Einen Ort, an dem du die pure Lebensenergie spüren kannst, die wir Mana nennen. Verbinde dich mit der Welt auf den Inseln von Tahiti. Vielen Dank.